Meine Ankündigung betrifft die Termine der Bundeskanzlerin. Sie wird einige der Ihnen schon angekündigten Termine in der nächsten Zeit nicht wahrnehmen können. Die Bundeskanzlerin hat sich im Weihnachtsurlaub beim Langlauf eine schwere Prellung zugezogen, verbunden mit einer sogenannten Infraktion, einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring. Das macht es nötig, dass sie drei Wochen lang viel liegt, beziehungsweise eine Gehhilfe benutzt. Sie wird sich daher in dieser Zeit auf einige wenige Termine im Bundeskanzleramt und in Berlin konzentrieren und ansonsten ihre Arbeit zu Hause. Sie ist selbstverständlich als Kanzlerin bei der Arbeit und sowohl handlungsfähig als auch kommunikationsfähig in vollem Maße. Ich habe gesagt, sie wird sich auf einige wenige Termine im Bundeskanzleramt und in Berlin konzentrieren. Beispielsweise wird sie das Kabinett in dieser Woche leiten. Sie werden sie also auch immer mal wieder zwischendurch erleben, aber Termine außerhalb Berlins und auch einige der schon angekündigten öffentlichen Termine in Berlin werden eben abgesagt, denn die ärztliche Weisung heißt viel liegen. Ich möchte Ihnen ein gutes neues Jahr. Man muss das nachfragen. Sie ist hingefallen beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus. Ich möchte nicht, dass Sie anbleiben wollen. Vielen Dank. Vielen Dank.